Und er liebte die Frage. Er sagte, ich auch, ich bin ein Missführende. Ich bin nicht fit, ich bin nicht fit. Und dann hat er verabschiedet, dass es okay ist. Was ist mehr wichtig, ist mein Handeln. Ein properer Verhältnis. Ich habe meinem Meister Osho vor langer Zeit eine Frage gestellt und gesagt, es sieht aus, als würde ich nirgendwo hingehören oder reinpassen. Ich passe nicht in die Sanjas-Welt auf eine Art. Und ich passe nicht in die Quadratstädter-Welt da draußen. Ich passe nirgendwo hin. Irgendwie bin ich ein Missfit. Und Osho hat gelacht und hat gesagt, es ist völlig okay, dass du das bist. Ich bin das auch auf eine Art. Und Mirash hat gesagt, es ist nicht so wichtig, ob ich oder jemand zu irgendwelchen Konzepten passt. Es ist wichtig, was mit deinem Herzen ist. Und wie du das ausdrückst.